Erinnerung Was sagt uns heute, woran wir morgen denken? Oft sind es die kleinen Dinge, an denen wir uns später festhalten möchten. Aber manchmal gibt es diesen einen Schritt, der Moment, der eine bestimmte Richtung vorgibt. Hast du mal drüber nachgedacht, warum du jetzt da bist, wo du bist? Menschen, die dir wichtig sind, die weltbesten Freunde, Familie? Egal, wohin der Weg dich führt, das Gefühl von Heimat sollte dich begleiten. Eine Heimat, die dich jeden Tag mit neuen Eindrücken überrascht. Und Heimat, ist es ein Ort oder doch nur ein Gefühl? Dieser Ort, er muss dir etwas erzählen können. Er lädt dich ein, auf Pfaden alter Helden zu schreien. Vielleicht ist es an der Zeit, Neues zu erleben. Nicht nur Bücher erzählen Geschichten. Eine Reise, dass dich daran teilhaben. Völlig egal, wer du bist, woher du kommst, was auch immer deine Geschichte ist, erzähl sie. Es liegt an dir, ob die Zeit dir etwas bietet oder einfach nur vergänglich ist. Jeder Aufbruch hat die Möglichkeit, ein Abenteuer zu werden. Du bist ein, auf die Geschichte, eine Begegnung. Sie sind ein, auf die Geschichte, eine Ausbildung. Das war ja auch immer deine Geschichte. Und du bist ein, auf die Geschichte ist, wenn du dich nicht mehr in die Geschichte bist. Endlose Weiten und ein Platz zum Bleiben. Mach aus einer Sekunde eine Minute und aus Stunden Tage. Und wer weiß, vielleicht werden es Jahre. Untertitelung des ZDF, 2020